Alter, wer ist denn das schon wieder? Ja, auch so, ich kriege noch ein paar Punkte, ne? Ja, hat auch nicht gereicht. Und jetzt wieder Big Action Flight gefragt. So wie ihr das wahrscheinlich vom Motorradfahren und vom, was ist nicht, alle Fahrzeuge in Battle 4.3 kennt, wer nicht da drin sitzt, haben wir ja nicht zum Monster, dann wäre ich zum Ghost Rider und verbinde mich mit dem Fahrzeug und werde eins. Klar. Da bin ich trotzdem so mega schlecht. Nein, 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 nein. Oh Gott, ey, das ist doch nicht wahr.